Assalamu alaikum, guten Tag, heute machen wir ein schönes Mittagessen, wir brauchen dafür Hackfleisch, habe ich hier von Lamm, Lachm, Mafrume, Ghanam, mal 5 Stück Weißkohl, Jezara, eine Möhre, Zwiebel, Basal, Obed, wir haben belgeschen Atea, Jezara, die Uta Zriere, ich schneide die Möhren, ganz dünne Streifen, hat da ein Heck, das Rad, Jezara, die Atea, schneiden wir das so, das hier auch, so, dann, wie man Fuff, Weißkohl auch, schneiden wir, machen wir das hier ab per, erstmal das hier, und dann, ganz dünn, und dann, Zwei noch Hals ziehen, Zwiebeln, Wasser, Jembal ist hier, wir fangen an, machen wir Öl rein, wir machen alles rein, die Möhre, Zwiebeln, alles machen wir rein, wir machen das Hackfleisch rüber, ich habe hier Lamm, wir machen die Gewürze, Knoblauch, Thun, Ingwer, Paprika, Kreuzkummer, Kumin, Ingwer, Zendjabir, machen wir alles rein, und wir machen darauf Salz, Melk, und dann wir mit der Soße zusammen, wir löcheln das ab, ein bisschen Wasser, mit der Schweiz rein, mit der Schweiz und Neuz, Machen wir jetzt Petersilie rein. Wow, das sucht sich so gut. So, jetzt schlagen wir uns die zwei Eier hier rein. Ein Eier, ich konnte dann mehr nehmen Eier, wie ihr wollt. Zwei Eier da rein. Etwas Olivenöl rein. Olivenöl, also bei Datschweiz sehr Saitun. Und wir machen Kurkuma, Kurkum rein. Olivenöl, Kurkum. Munkalutum, Maba. Machen wir jetzt noch ein kleines Zöffer. Hab ich vergessen, ein kleines Zöffer drauf. Ein paar Asmat. Und jetzt fangen wir an, die Eier nach und nach ein bisschen rein zu machen. Rühren wir so rein. Nach und nach rein. Nach und nach rein. Wow. Ein bisschen Petersilie drauf noch. So schön Petersilie. Und noch ein bisschen Roten Paprika so drauf. Zweifle Hadra. Und das leckere Mittagessen ist schon fertig. Und dann sehen wir, wie das aussieht. Lasst euch schmecken. Ich freue mich auf das nächste Video. Lasst euch schmecken, wie ich mir gut schmecken lasse. Bleibt gesund. Alles Gute. Danke. Tschau. Ich werde das jetzt auf dem Teller wenden. So. Und dann mal gucken, wie das aussieht. Wow. So lecker sieht es aus. Mache ich hier den Teller ein bisschen sauber. Zeige ich euch mal. Und so sieht das auf auf dem Teller drauf. Wollte ich euch mal zeigen. Meine Ahabes Fajikun. Okay. Alayha. Allah Mako Mahas Saleme. Ich freue mich auf das nächste Video. Danke. Tschau. Tschüss.